Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben den Karfreitag-Blues? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den L78, den Sie bequem in den Garten oder ins Wohnzimmer stellen können. Dieser kostet nicht 299 Euro, nicht 399 Euro, nicht 599 Euro, nein, nur 899 Euro. Und wenn Sie innerhalb der nächsten halben Stunde bestellen, bekommen Sie noch dazu, gratis, den 1,6. Oh, ist das nicht toll? Oh, 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 ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, jetzt ist was in die Hose gegangen.